In der Küche wird viel gekocht und unsaubere Hände sind oft unvermeidlich. Die neue Food Control Technologie von Grohe verschafft Ihren Händen ultimativen Freiraum. Somit bleibt Ihre Küchenarmatur sauber und keimfrei. Um den Wasserfluss zu starten, berühren Sie den Sensor im Unterschrank leicht mit dem Fuß. Mit einem erneuten Fußkontakt stoppen Sie den Wasserfluss. Grohe Food Control – ultimative Freiheit für die Hände. Grohe Küche – the source of living.